Frank! Zappel? Ich glaube, ich habe wieder den Zappelrappel. Was hast du? Ja, den Zappelrappel. Was denn das? Mann, das ist, wenn ich nicht genug gezappelt habe. Das kennst du doch bestimmt auch. Da wird man so kribbelig und... Da muss man mal so richtig, richtig ausflippen. Ausflippen? Ich glaube, ich gehe mal schnell zur Seite hier. Der will ausflippen. Was hat der vor? Wuh, Zappe, Rappel! Alles in Ordnung? Jetzt geht's mir wieder gut. Applaus für's Zappeltier. Das Zappeltier kann nicht lange so rumsitzen.